An einem sonnigen Morgen in ihrem geliebten grünen Wald waren Lila, die kleine Fledermaus, und Lenny, der schlaue Waschbär, wie immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Sie waren nicht nur die besten Freunde, sondern auch die mutigsten Entdecker, die man sich vorstellen konnte. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Blatt war eine neue Entdeckung für die beiden. Doch an diesem besonderen Tag hatten sie ein noch aufregenderes Ziel im Visier, den Nebelberg, der im Herzen ihres Waldes thronte und von zahlreichen Geheimnissen und Legenden umgeben war. Der Nebelberg, so genannt wegen der ständigen Nebelschleier, die ihn umhüllten, war eine geheimnisvolle und fast mythische Präsenz in ihrem Wald. Niemand wusste wirklich, was dort oben vor sich ging, und nur wenige Tiere wagten es, die steilen Hänge zu erklimmen. Aber Lila und Lenny, getrieben von ihrer unersättlichen Neugier und ihrem Wunsch, das Unbekannte zu entdecken, hatten beschlossen, dass es an der Zeit war, das Geheimnis des Nebelbergs zu lüften. Mit Rucksäcken voller Proviant und einer Karte, die Lenny sorgfältig gezeichnet hatte, machten sie sich auf den Weg. Sie folgten dem gewundenen Pfad, der durch den dichten Wald und hinauf zum Fuß des Nebelbergs führte. Es war eine schwierige Reise, und mehr als einmal mussten sie Pausen einlegen, um Atem zu holen und ihre Energiereserven aufzufüllen. Aber sie ließen sich nicht entmutigen und machten mutig weiter. Als sie schließlich den Fuß des Nebelbergs erreichten, sahen sie, dass der Gipfel vollständig von Nebel umhüllt war. Es war ein bezaubernder und doch beunruhigender Anblick. Sie konnten nicht sehen, was sich hinter dem Nebel verbarg, und sie konnten nur erahnen, welche Herausforderungen auf sie warteten. Aber sie waren fest entschlossen, nicht aufzugeben. Mit tiefem Atemzug und entschlossenen Blicken traten sie in den Nebel ein und begannen ihren Aufstieg. Sie kletterten stundenlang, stolperten über Steine und schlüpften durch schmale Spalten, während der Nebel um sie herum wogte und wirbelte. Mehr als einmal verloren sie fast die Orientierung und mussten sich auf Lilas scharfen Gehörsinn und Lennes ausgezeichnetes Gedächtnis verlassen, um den richtigen Weg zu finden. Aber sie ließen sich nicht entmutigen und kämpften sich tapfer weiter nach oben. Nach vielen Anstrengungen und zahlreichen Abenteuern erreichten sie schließlich den Gipfel des Nebelbergs. Sie traten aus dem Nebel hervor und was sie sahen, raubte ihnen den Atem. Vor ihnen erstreckte sich ein fantastischer Garten, voller exotischer Pflanzen, funkelnder Wasserfälle und seltsamer, aber wunderschöner Tiere, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. In der Mitte des Gartens thronte ein riesiger, alter Baum, dessen Blätter in allen Farben des Regenbogens leuchteten. Sie staunten über die Schönheit des Ortes, der so anders und doch so vertraut war. Nachdem sie ihre Überraschung überwunden hatten, erkundeten Lila und Lenni den Garten. Sie sprangen über kleine Bäche, kletterten auf den hohen Baum und spielten mit den seltsamen Tieren. Es war ein Ort voller Wunder und Magie und sie fühlten sich geehrt, ihn entdeckt zu haben. Doch während sie den Garten erkundeten, bemerkten sie, dass etwas nicht stimmte. Sie sahen, dass einige der Pflanzen welkten und dass die Tiere traurig aussahen. Sie sahen, dass der wunderschöne Baum in der Mitte des Gartens schwach aussah und seine farbenfrohen Blätter zu verlieren begann. Sie wussten, dass sie etwas tun mussten. Sie wandten sich an die Tiere des Gartens und fragten sie, was los war. Die Tiere erzählten ihnen, dass der Baum, der das Herz des Gartens war, krank war und dass seine Krankheit sich auf den Rest des Gartens ausbreitete. Sie sagten, dass sie nicht wussten, was zu tun war und dass sie Angst hatten, ihren geliebten Garten zu verlieren. Lila und Lenni wussten, dass sie helfen mussten. Sie gingen zum Baum und untersuchten ihn. Sie sahen, dass der Stamm des Baumes von einer seltsamen, schwarzen Substanz befallen war. Sie erkannten es als Baumkrankheit, von der sie in ihren früheren Abenteuern gehört hatten. Sie wussten, dass sie einen Heiltrank brauchten, um den Baum zu retten. Sie erinnerten sich an eine Legende, die sie einmal gehört hatten, von einer seltenen Blume, die tief im Wald wuchs und die Macht hatte, jede Krankheit zu heilen. Sie wussten, dass es ihre einzige Hoffnung war, den Baum und den Garten zu retten. Ohne zu zögern, machten sie sich auf die Suche nach der Blume. Ihre Suche führte sie tief in den Wald, wo sie auf viele Gefahren und Herausforderungen stießen. Sie mussten tiefe Flüsse durchqueren, gefährliche Tiere überwinden und komplizierte Rätsel lösen. Aber sie ließen sich nicht entmutigen und hielten mutig an ihrer Mission fest. Nach vielen Tagen der Suche und unzähligen Abenteuern fanden sie schließlich die Blume. Sie war wunderschön, mit leuchtenden, regenbogenfarbenen Blüten, die im Sonnenlicht funkelten. Sie pflückten die Blume vorsichtig und machten sich auf den Weg zurück zum Garten. Als sie im Garten ankamen, bereiteten sie den Heiltrank vor und gaben ihn dem Baum. Sie warteten gespannt darauf, was passieren würde. Nach einigen Momenten sahen sie, wie die schwarze Substanz vom Stamm des Baumes verschwand und wie seine Blätter wieder ihre leuchtenden Farben annahmen. Der Baum war gerettet und mit ihm der Garten. Die Tiere des Gartens jubelten und tanzten vor Freude. Die Pflanzen schienen lebendiger und die Wasserfälle funkelten heller. Die dunkle Krankheit, die einst den Ort belastet hatte, war verschwunden und an ihrer Stelle gab es neue Hoffnung und Freude. Lila und Lenny waren erleichtert und zufrieden mit ihrer Arbeit. Sie hatten das Geheimnis des Nebelbergs gelüftet und seinen magischen Garten gerettet. Sie verbrachten den Rest des Tages damit, mit den Tieren zu spielen und den Garten zu genießen. Sie lachten und spielten, voller Glück und Zufriedenheit. Als die Sonne schließlich unterging, sahen sie, wie der Himmel sich mit wunderschönen Farben füllte und wie der Sternenhimmel sich über ihnen ausbreitete. Sie lagen auf dem Gras, starrten in den Himmel und lauschten den sanften Geräuschen des Gartens. Es war ein perfekter Moment, ein Moment des Friedens und der Schönheit, den sie nie vergessen würden. Als die Nacht tiefer wurde, wussten sie, dass es an der Zeit war zu gehen. Sie verabschiedeten sich von den Tieren und dem Garten und machten sich auf den Weg nach Hause. Sie gingen durch den Nebel und hinunter den Berg, ihre Herzen voller wundervoller Erinnerungen und Geschichten, die sie erzählen konnten. Sie erreichten schließlich ihren Wald und ihr Zuhause. Sie waren müde, aber glücklich. Sie hatten ein neues Abenteuer erlebt, neue Freunde gefunden und einen Ort gerettet, den sie liebten. Sie hatten einmal mehr bewiesen, dass sie zusammen alles erreichen konnten. Und so endete ihr Abenteuer auf dem Nebelberg. Aber sie wussten, dass es nur eines von vielen war und dass es noch viele weitere geben würde. Denn sie waren Lila und Lenny, die besten Freunde und mutigsten Entdecker, die man sich vorstellen konnte. Und sie waren bereit, jede Herausforderung zu meistern und jedes Geheimnis zu lüften, das ihr geliebter Wald zu bieten hatte. Und während sie einschliefen, träumten sie von ihren nächsten Abenteuern, von neuen Geheimnissen und neuen Orten, die sie entdecken würden. Und tief in ihren Herzen wussten sie, dass sie immer bereit sein würden, wo auch immer das nächste Abenteuer sie hinführen würde. Und so schliefen sie ein, mit dem sanften Rauschen des Waldes und den hellen Sternen über ihnen. Sie schliefen ein und träumten von Abenteuern, die noch vor ihnen lagen. Und sie wussten, dass sie bereit sein würden, wenn der Morgen kam. Denn sie waren Lila und Lenny, und es gab kein Abenteuer, das sie nicht meistern konnten. Und das, das war das schönste Geheimnis von allen. Als die ersten Strahlen der Morgensonne den Wald erhellten, erwachten Lila und Lenny aus ihren Träumen. Sie streckten ihre müden Glieder und begrüßten den neuen Tag mit einem Lächeln. Sie sahen sich an und wussten, dass sie bereit waren, was auch immer der Tag bringen mochte. Sie frühstückten zusammen, teilten die Beeren und Nüsse, die sie auf ihren Abenteuern gesammelt hatten. Sie lachten und erzählten sich Geschichten, erinnerten sich an die Wunder und Herausforderungen, die sie erlebt hatten. Sie fühlten sich glücklich und zufrieden. Denn sie wussten, dass sie zusammen alles erreichen konnten. Nach dem Frühstück beschlossen sie, den Tag im Wald zu verbringen. Sie spielten mit den anderen Tieren, erkundeten neue Orte und genossen die Schönheit der Natur. Sie spürten die Wärme der Sonne auf ihrem Fell, hörten das Rauschen der Blätter im Wind und rochen die frische Luft des Waldes. Es war ein Tag voller Freude und Spaß, ein Tag, den sie voll und ganz genossen. Als der Tag zu Ende ging, kehrten sie zu ihrem Zuhause zurück. Sie waren müde, aber glücklich. Sie hatten einen weiteren wunderbaren Tag zusammen verbracht und waren gespannt auf die Abenteuer, die der nächste Tag bringen würde. Sie lagen auf dem weichen Moos und sahen zu, wie die Sonne unterging und der Himmel sich mit Sternen füllte. Sie sahen ihren geliebten Funkelstern, der heller als je zuvor leuchtete. Sie sahen ihn an und wussten, dass sie zusammen alles erreichen konnten. Und während sie einschliefen, träumten sie von ihren nächsten Abenteuern. Sie träumten von neuen Orten, die sie entdecken würden, von neuen Freunden, die sie treffen würden, und von neuen Geheimnissen, die sie lüften würden. Sie träumten von der Zukunft und wussten, dass sie zusammen bereit waren, sie zu begrüßen. So endete ihr Tag, gefüllt mit Abenteuern und Freude, mit Freundschaft und Mut. Sie wussten, dass sie viele weitere solche Tage vor sich hatten, und sie waren bereit, sie mit offenen Armen zu begrüßen. Denn sie waren Lila und Lenny, die besten Freunde und mutigsten Entdecker, die man sich vorstellen konnte. Und sie waren bereit, wo auch immer das nächste Abenteuer sie hinführen würde.